und jetzt willkommen zu einer weiteren Folge mein Graf Zero mit dem oder dem Raffel und der Nähe sind ab und hat keine Zeit gehabt er hat mich im Stich gelassen diese Stahlboostplatte hält der ewige Alter Stahlbrühe der Stahl ja aber weißt du wie oft dass ich schon Schaden bekommen habe die ist immer noch so gut so Engel Börser zum Biss die 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 Stahlbrust wird wahrscheinlich so gut sein also so vom Schützener Wiener Eisenbrust aber hält länger ich jetzt mal davon aus das bräuchte nicht das hallo hallo tschüss das bräuchte ich auch nicht das bräuchte nicht das bräuchte nicht das bräuchte nicht das brauche ich nicht das brauche ich nicht ähm ja ok jetzt mit der Robb bei ist schild dort ist geht der Scheiße so ich würde ich immer schon zu diesem ich habe Abbruch bis jetzt mit der Arbeit so Tepport so Sie sind so ich sie ist so real verhandelt und sie nein nein alter nein sie ist ein nein 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 hallo ich sag nur in ja wie soll mit der ganze Zeit geschrieben ich erzähle ich dir danach schiebt was schiebt und mein Fernsehreise mein Bildschirm dreht sich gleich ab scheiße ich möchte wieder rumsuchen rumspakulieren zum Aul die Fresse die Fresse der Unger zwischen zum richtigen Gangster muss man die einfach mal lassen ich bin stolz auf dich nicht jetzt fielst du noch dass du zu lehren sagst sie schaut hässlich aus du bist eh schon wieder in der fünfte es in der ersten Klasse da geht das schon sagt es nächstes Jahr wird es kein Pflichtjahr mehr bitte ich möchte den Beweis haben da ist Lapis da ist Redstone um schützt ich ich in der machte kurde neune Bino Schabernack schabermack doch mal kurz wenn ich die Renner höreste, dann sehe ich da weiter oder? Hä? Achso, wir sind schon so weit unten deswegen Raphael, der Feuerwehrmann zu ihrem Dienst kann sein, dass ich dich brauche okay irgendwann aber ich habe mein erstes VTBs Zeug gecrafted die Farbe immer das ist die die Ruhe auch 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 sehr stolz auf die Jaffa beim ersten Anfangen ich glaube das erste was ich nie geauftet habe war eine so viel Spitzsacke wie ich es erst einmal gezogen habe so viel Spitzsacke oder so viel Schwert ich weiß nicht mehr so ich weiß nicht mehr so das war schon so lange her das erste Mal das erste Mal ja das ist nix nix ich bin es falsch gesagt das erste Mal das habe ich auch absichtlich gesagt das war eigentlich ein schönes Gefühl ähm dass ich mir die erste sehr viel Spitzsacke gemacht habe ich war der erste in Markt Pisting der erste in dem Willast of Kauf zu tun damit will ich nicht sagen dass mal Pisting ein Kauf ist genau sein wo genau bist du eigentlich in der Höhle wow plus 407 plus 463 auf Höhe 7 schwimmen ich schwimmen gerade in der Lava ich habe neun redstone das ist ein bisschen wenig ne mehr mehr Glück als Verstand oh Alter hm wieso Creeper hat mich auf ein halbes Herz untergesprengt Dirk Deutschland für den nächste ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren denn das könnte töten könnte töten ich gehe mal nicht wie connect immer kurz vielleicht liegt es an dem so so ich ihm ein Stück ein Stückleiter gemacht also in diesen 4 5 und es wird schon ganz schön gut mit dem Haus vorgekommen ja rollol was war das jetzt schiebt mich einfach so oh du Kippa 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 Humpa 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 geht schon Kippa sprengt mir das sei sein ein bisschen oh sowas haben ich ihnen nicht und was ist das nächste Opfer das rasiert werden möchte von mir du selbst ich bin ja kein Opfer doch jetzt hast du es mir nicht gegeben darfst du das sind so viele bis zu einer Höhle nein was schaust was basalt oh das heißt das müsste ein vulkan sein nämlich ich die vulkan schön aus ausbrechen können sie nicht das weiß ich ja es wird zu piste vor der vulkan bricht aus so stört ja alles wenn wir wärmen holzhaus äh äh ganz mehr okay sagt nicht der dritte so etwas halt mitnehmen oder da die Führung steckung gefördert dritte dd dd begleitet dd dd ja zuerst die nicht die ist so durchschen mehr maare un grande köpock das alles abzubauen ich brauche einfach nur eisen nein eisen bräuchte nicht ich brauche einfach nur redstone ist das so schwer dass hier irgendwo redstone ist anscheinend schon an das auch wie er so jetzt noch so um falls ich wundere so wird das leid genommen haben alte mit ist es nämlich ziemlich blöd allein nur wegen dem da kannst du dich nicht mehr zum web und machte die man die hinten schieb 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 wenn sie nur aber fliegt wurscht tp sie einfach schnell zum web und schieb 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 63 schief schiefen auf 42 52 52 ich mache dazu oder was ist das schon wieder Marble bis der Part Turns ein drauf ich das ist nicht kop mein gott das geht mit gold hin Schicht wie so ist in ihr ganz wohl Redstone das ist zum und solche sonst wird hier denn der Stieke Koper die Lekop war er es sind nicht die Mäse wie sie sind die sich eines Kindes ein an 1 Worte bitte war keine Eisenmeer doch bei Eisen ich bin nämlich schon hier voll Rüstung oder Schüler Gassiger Kau hier ein ein das Tier die dritte Diamante Orschild okay ich glaube das kannst du jetzt die hier wo es gibt es die ist nahe er schaut so aus wie die es da war keine mann uns geschießt dreid sich sie verwecken mit dem mann das ist es leicht das ist viel hätte es ist ein bisschen heller ist ein helleres Blau Team um Silber auf sie wo ich bin auch schon was das macht das die Gruppe Silberbahn hätte das gedacht Stein der Weisen Nenner Stein der Weisen ernsthaft ihr hier die Puta Flatterrand und da war Blitz auch noch ein wenig das ist es sich beträgt geht Florian die Nassau ich bin mir in den Medien Kultusgang nur da hinten ist ein Dschungel O-Ton-Kickung neulander Rohrmann müssen Gedanken lesern das habe ich auch das erste gedacht die ich habe ich habe ich nämlich das umgedreht ab dem Baum gesehen habe ich nur umgedreht und dann ja und schwingt das fang mit Schumel was mir lebt und jetzt sehe ich auch da ist ein schluchten Buch sie sind zu mir es wurde mit dem Niemann bei der Aussicht der E-S 2 Arschloch verpiste ich finde auch dass es mein Glück mit Mottex um viel mehr Spaß auch macht wie Vanilla aber das ist sowohl die logisch es macht einfach dann was ist es jeweils in der Sachen das ist einfach mit Porto Gans Jetpacks fliegen wer will nicht hin in diesem Spiel fliegen können ohne Tieten und gleich jetzt wird heftig die Krafte genommen Ebers ist das schon wieder mach ich so etwas hat das ist das Gerät ich habe ich es die Geräte sind alle und vor ist Lola kann man so viele Sachen auf einmal braten abraten machen die die Uhr ich nehme einfach mal alles mit er hat sich dafür es ist es ja keine Ahnung ob ich auf diesen komischen da kann man dieses die nur wie das heißt zu ich mache das ist alles so kompliziert Lohr 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 in den in den Halt zum Maul denn hätte ich gesagt in der nächsten Folge geht es mit diesen Kraften weiter nahm nächste Folge die Richtigkeit vielleicht schaffe ich nächste Folge schon etwas richtig Kassels lassen wir uns mal überlassen dann Lohr 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 oder es ist gekämpft Tüchen und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge und schaust S Lohr 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 Vielen Dank.